Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Ravensword. Ja, wir stehen vor Ultog. Hier seht ihr noch seinen Schatten. So links, da seht ihr diesen Schatten. Da guckt mal. Das ist ein Halbflugwesen, was es ein bisschen schwierig macht. Und irgendwie klappt das auch mit meiner Powerattacke nicht ganz so gut. Der fliegt immer so ein bisschen über den Boden. Das macht es ihm ein bisschen schwer. Na gut, das erste Mal sind wir das letzte Mal ins Loch gefallen, was nicht gut war. Das zweite Mal hat er uns gekriegt. Und jetzt machen wir genauer an dem Punkt weiter. Ich bin mal gespannt. Irgendwann kriegen wir den schon. Mir wird schon was einfallen. Also dann machen wir erstmal den letzten Spielstand speichern. Und dann geht es auch schon relativ flotty los. Genau. Und eigentlich sollte er doch zu kriegen sein. Der mit seinem blöden Feuerzauber. Komm. Und nix wie weg hier, nix wie weg hier, nix wie weg. Aha. Jetzt mal gucken, können wir denn da hinflüchten. Okay, dann müssen wir uns nämlich erstmal wieder unser Leben... Unser Leben muss ich... Ah. Gut, okay. Kommst du da... Kommst du da... Aha. Okay. Komm her. Also komm, schön laufen, schön laufen, mein Freund. Schön in Bewegung bleiben. Das scheint mir das Sinnvollste zu sein. Jetzt wieder... Komm, komm du nur. Powerattacke. Ah, verflixt ihn aber auch. Der mit seinem blöden Feuer. Wo bist du? Komm runter. Komm runter, mein Freund. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit der Powerattacke treffe. Das ist das Problem. Ich möchte nicht allzu nah an ihm ran. Also so richtig furchteinflößend ist er ja nicht. Ne, ich treffe ihn natürlich nicht mit der Power... Ah, jetzt bin ich ihm voll in die Parade gelaufen. Okay, also der trifft mich zweimal mit dem Feuerball oder dreimal, dann ist Schluss. So viel ist klar. Also müssen wir schön vom Feuerball wegbleiben. Wo ist er denn jetzt? Verflixen aber auch. Da ist er. Okay, also schön laufen, mein Freund. Wo bist du? Verflixen aber auch. Okay. Also es ist wie bei dem... Elfenkönig auch. Man muss einfach so ein bisschen rumlaufen. Aber das nützt gar nichts. Dieses blöde Flugvieh. Okay, okay, komm, dann hüpfen wir mal hoch, mein Freund. Komm, einmal die Powerattacke. Was ist jetzt los? Was ist da hängen geblieben? Weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da, weg da. Und schön hüpfen. Also die... Komm her und noch springen, springen, Freund, springen. Weg da, weg da, weg da. So. Meine Health Portions sind jetzt bald beim Teufel. Da ist er. Verflixen aber auch, wenn ich ihn nur sehen könnte. Komm mal her. Wie sieht's denn damit an? Ah, schau mal einer an. Okay. So. Ah, Mensch. Ich weiß nicht, ob wir ihn mit dem Bogen nehmen können. Weg da, weg da, weg da. Ah, jetzt einmal Powerattacke. Also wenn wir ihm zwei-, dreimal mit der Powerattacke kriegen, ich glaube, dann haben wir gute Chancen. Jetzt warte mal. Weg da, weg da. Hüah, ich immer mit meinem weg da. So, komm mal her, du Dicker. Das ist hässlich. Also mit dieser Powerattacke macht man eine Menge Schaden. Man müsste sie bloß noch treffen. Das ist alles eine Frage des Timings. Weg da, weg da. Oh, dann haben wir ihn nämlich bald. So, schau, schau. Wo bist du, du Dicker? Ah, gut, Powerattacke war nix. Hüpf. Okay, der kommt ja immer wieder da runter. Also eigentlich kann man es auf die Art und Weise ganz gut machen. Komm her, Ultok, wo bist du? Komm mal her. Jetzt kommst du wieder. Und Powerattacke, komm. Weg da, weg da. Ich denke noch einmal, dann haben wir ihn. Ich hoffe mal, dass er uns bis dahin nicht mit seinem Feuerbällchen erwischt. Und da haben wir dich, Ultok. Ja, Return to Tyrus. Wir haben dich. Juhu. Hahaha. Yeah. So, jetzt haben wir mal gucken, was hier in dem Mainquest steht. Wir sollen Return, Trouble in Avon, Mainquest. Ready to complete. So, das Portal wird mich jetzt nach Hause bringen. Ich will mal hoffen, dass wir da jetzt nicht wieder tausend Feinde haben. Darum werde ich erst mal eine Runde, eine Runde safen hier. Die Frage ist, muss ich da jetzt wieder alles zurückhüpfen? Das war ja jetzt nicht ganz... Oh. Nicht ganz ohne. Die Hüpferei, hallo? Das Portal wird mich nach Hause bringen. Ja, und wo finde ich das Portal? Da runterhüpfen will ich jetzt eigentlich nicht. Wir sind doch hier hochgekommen irgendwo, oder? Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr durch? Wo war es hier? Wo bin ich denn runtergekommen? Ja, sag mir mal. Das Portal wird mich nach Hause bringen. Muss ich denn jetzt da runterhüpfen? Na, wie komme ich denn weg hier? Hallo? Da unten ist das Portal. So, von der Schwierigkeit? Also gut, dann laufen wir jetzt da nochmal hoch. Vielleicht ist da noch irgendetwas. Weil eigentlich sollte man ja Tolle den Endboss besiegt hat. Ach, da ist das Portal, oder was? Oder wie? Muss ich da jetzt springen? Bist du das Portal? Hallo? Ah, das war das Portal. Alles klar. Gar nicht dieses Tor da hinten, das der Erzmagier für uns geöffnet hat. Sondern das Loch, in dem der Ultog haust. So, jetzt ist... Kavanaugh ist tot. Ultog ist tot. You have succeeded beyond my wildest hope. Also, wir waren erfolgreich jenseits aller seiner Hoffnungen. I cannot hold the gateway's magic. It's growing unstable. Okay, also er kann das jetzt nicht mehr offen halten, das Tor. Flea this place. Flea, I say. Okay, jetzt müssen wir also machen, dass wir wegkommen. Hier. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Keine. Wieso kriege ich denn eigentlich? The tower of the archmage is no more. Okay, jetzt ist der Tower des Erzmagiers kaputti. Oh man, ob wir da wohl Ärger mit den Leuten kriegen? Rumors is that the archmage and his appreciate Kavanaugh the terror of the Shadowlands alone. Oh, wait, 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 time. Legend Rose... Face. Okay. Also, ganz kurz. Der gute Erzmagier hatte keine Kraft mehr, das Tor offen zu halten. Daraufhin ist der ganze Turm zusammengeknallt und dann stand da noch, auf die Schnelle gelesen, dass Gerüchte besagen, dass der Erzmagier und Kavanaugh mehr oder minder Unsinn gemacht haben. So, und jetzt sind wir also hier in unserem Counselor-Büro und jetzt sind wir da zum Helden und Champion von Tyrus geschlagen worden. Und ich danke dir, lieber Counselor. Und meine Reputation ist legendary. Ja, was will man eigentlich mehr? Und da ist Marissa. Hello, stranger. Hi, Marissa. So, you are great here, oh no. Du bist ein großer Held jetzt. Ja, wohl wahr, Marissa. To me. You'll always be the boy who stole my father's sweetcakes. Für mich bleibst du immer der Junge bleiben, der die Süßigkeit meines Vaters klaute. You gave me a reason to finally come home. Und ich habe ihr einen Grund gegeben, heimzukommen. Welcome home, Marissa. Sag mal, kann ich dich heiraten, Marissa? Du gefällst mir gut. Du hattest eine tolle Sprechstimme. Kann ich dich heiraten, Marissa? So, ihr Lieben. Ich glaube, dass wir hier jetzt natürlich noch den einen oder anderen Quest machen könnten. Glaube ich. Wir werden jetzt noch mit den einzelnen Leuten hier reden. Leina, hast du noch was zu sagen? You have done well, friend. All of Tyrus is in your debt. So, haben wir gut gemacht und ganz Tyrus ist in unserer Schuld, sagt sie. So, mein Süßer. Counselor, hast du noch was zu sagen, Justin? Och, er sagt genau das Gleiche. So, Purtis. Er sagt bestimmt das Gleiche. Ja. Alle meiner Schuld. Marissa, ich will dich heiraten. Kann ich dich heiraten? It's good to be home. Es ist gut, daheim zu sein. Okay, also ganz offensichtlich ist es so, dass wir jetzt hier am Ende sind. Wir können Marissa nicht heiraten. Wir könnten natürlich noch all die anderen kleinen Quests machen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich momentan sehr, sehr knapp an Zeit bin und zu viel um die Ohren habe, würde ich sagen, dass wir hier Schluss machen. Hier an diesem Ende, an diesem, an diesem, an diesem Punkt endet das Let's Play. Ravensword, Shadowlands. Vielleicht ganz kurz zu dem Spiel. Mir persönlich hat es, ja, sehr, sehr gut gefallen. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Es hat erhebliche Schwächen. Keine Frage. Auch der Endkampf war jetzt eigentlich nicht so spannend. Wir haben es durchweg etwa auf mittlerer Stärke gespielt. Der Endkampf war nicht wirklich so spannend. Einige Bosse waren leicht zu nehmen, weil die einfach in Bäumen oder an Treppen hängen geblieben sind. Aber das ganze Spiel ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Es bietet wirklich viele Möglichkeiten. Man könnte jetzt noch weiterspielen. Man könnte noch Quests öffnen, dass sich Marissa nicht heiraten kann. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Es hatte tolle Ideen, ob ich nun mit diesem Saurier geritten bin oder mit dem Falken geritten bin oder was auch immer. So, ich kann leider nicht reiten hier. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ich werde sicherlich für mich noch den einen oder anderen Quest spielen, wobei die jetzt nicht so spannend sind mit Hohl und Bring und Gedönse. Es ist ähnlich, es ist ähnlich wie die Elder Scrolls Teile, die eigentlich nie, nie enden. Man hat dann den Main Quest erledigt, aber es spielt immer noch weiter. Finde ich ein bisschen schade. Mir persönlich gefallen die Spiele besser, bei denen es dann tatsächlich ein großes Rumsende gibt. Wo man dann also wirklich dann auch einen Abspann hat mit irgendeiner coolen Musik und nochmal so nachspüren kann, was so im Einzelnen passiert ist. Aber hier ist es eben wie bei den Elder Scrolls. Man kann ewig weiterspielen, man kann diese Welt weiterentdecken, was ja auch irgendwo ganz schön ist. City Guard kann mit dir noch sprechen, mein Freund. Wie kannst du mir assisten? Ja, du brauchst mir nicht assisten, bye. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie es da so weitergeht, was für ein Spiel als nächstes Let's Played wird. Ich werde schon was finden. Und jetzt, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und bis bald. Ciao.